Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Game of Thrones, ja. Ich zock mal den Top-Titel von Telltale Games weiter. Ah, und ich hab auch die Untertitel lang. Obwohl nur eine Handmaiden, sie hat Margaery Tyrells Favorit. Und Lady Margaery's Betreuung zu dem King muss genug sein, um die Boltonen zu behalten. Wenn es ihr zu ihr wie es sollte sein. Gucken wir doch mal hier. Gucken wir mal die Kiste an. Warte mal, Lena. I hope... Ah, kann ich nicht lesen. Erstmal gucken wir das hier. Aha. Ja, pack ein. Brauchst vielleicht. Weil, wenn ich die spiegeln, musst du höchstwahrscheinlich in nächster Zeit eh abhauen. Es war sehr nett, Lady Margaery, das zu mir zu geben. Mhm. Sie hat damals zu Lady Elena gelandet. Aha. Die sagen, bestimmt du hast was geklaut. Was ist das hier? Asher sendet mir diese Kiste, um ihn zu erinnern. Eine Goldmünze. Hier, erinnere dich an mich. Ist klar. So, was haben wir denn hier noch? Unfinished Letter. Read. Vater. Viel Spaß hier in King's Landing für die kommende Wendung. Lady Margaery hat sich verstanden, dass sie ziemlich populär durch die Stadt sein. Ich wünsche mir, dass du und Mutter kommen könnten. Um, obwohl ich weiß, dass es unter den Umständen nicht möglich wäre, würde ich all of you missen. Und ich freue mich auf den Tag, wie du kannst. Der Brief hat aber mit I hope you angefangen. Ja, habe ich genau gesehen. Die hat was anderes vorgelesen. Mann, Mann, Mann. Schade. Ich habe gedacht, sie klemmt sich die Hand ein. Okay, gucken wir mal, was hier noch so ist. Weil ich meine, hier sieht es ja schon mal ganz nice aus. So, ne? Tau mal hier. Wunderschöne, die von Mann gemacht wurden. Aha. Ein Gift von Roderick. Ein Gift von Roderick. Ja, der ist tot. Ja, aber sie hat es anscheinend auch schon mitbekommen. Ich hoffe, sie sehen alle irgendwann. So, was haben wir hier noch? Kann ich hier noch irgendwas tun? King's Landing. Ah, King's Landing sind wir also. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob es heute in Ironwrath ist. Wie ist sie denn so, so, so depressed? Was ist hier noch? Noch ein Zettel? Es tut mir leid, das zu fragen, das von dir. Aber du musst an Frau Marjorie antworten, um zu uns aufzunehmen. Sie ist unsere beste Hoffnung. Und kann ein körperlicher Alli sein. Besonders jetzt, wenn deine Familie so intensiv braucht, ihre Hilfe. Hm. Ja, sieht nach Krisenstimmung aus hier bei denen, ne? Also. Aber gucken wir mal. Und wieso ist das alles so komisch verzerrt? So, gehen wir mal an die Tür. Weil das ist die Maus so. Ich werde mir mal eben kurz, wenn das geht, die Maus-Sensitivity hochstellen. Sekunde. Äh, Controls. Ah, fuck, geht nicht. Müssen wir so rudern hier teilweise. One moment. One moment. Oh, sorry, m'lade. Ich wollte dich nicht disturbieren. Ich kann später zurückkommen, wenn du liebst. Ach, ich lass sie mal rein. Nein, es ist okay. Komm in. Okay. Der sieht ganz schön dreckig aus. Und der macht mir jetzt mein Wasser daz, um mich zu waschen oder was? Begegnung dir, m'lade, aber bist du okay? Wenn du mir nicht interessiert, hast du ziemlich schreckt. Hm, hm, hm. Ich bin mir einfach... ... über meine Familie. Ja. Ja, hab ich hier noch nie mal... ... aber viel zuerst hat er auch nicht bekommen, hier der Muskellose, ne? Voll tiefe Stimme. Ja, ist auch überall bekannt. Weiß ich nicht. Sind wir? Mhm. Nein, wieder nicht. Woher ist der Kohl, Junge? Ah, da hab ich ein super Spiel. Ja, Tür zu. Gut. Ist halt echt so ein Kohl-Boy, der die Kohlen vorbeibringt. Krass, wa? Jetzt hör doch mal auf, da so deprimiert rumzuhängen, ey. Lady Marjorie, du bist früh. Ich warst, da wäre es Zeit, für uns zu sprechen. Komm, da ist etwas, was wir diskutieren müssen. Mhm. Können wir nicht hier machen? Warum müssen die immer irgendwo hingehen? Vielleicht irgendwas, wo die keiner hört. Und du guckst nicht so, ey. Warum läuft die nicht hinterher? Warum läuft die nicht hinterher? Ja. Und du weißt, wie ich fühle mich, was mit deiner Familie passiert ist. Ich fühle deine Angst, als ob es meine eigene wäre. Was du hast, ist außer dem Erinnerung. Meine Familie hat mich geschrieben, meine Lady. Ja. Ich bin mal ehrlich zu dir, ja. Ah, yeah. So mit deren. Ah, okay. Ich darf nicht mehr ihre Handmaiden sein. Ich bin ja keine Verräterin, ne? Ätzend. Eine dumme Lerverin einfach. Ja, was sag ich denn da? Herr Toll, find a way to appease her. Ja, mach mal die Tür auf, da. Guck nicht so. Ich muss mit der Königin reden. Sie ist tot. Good luck. Ah, fuck. Sie lebt also doch noch. Scheiße. Ich hab gedacht, die wär schon tot, vielleicht. Wär natürlich jetzt nice gewesen, ne? Hätte ich nicht mehr mit der reden müssen, wenn die andere schon Königin gewesen wären. Ah, da. Der eiserne Thron. Ja, ja. Und da ist auch der Zwerg. Wie imp. Die Fresse, du Kleidor, äh, Hosenscheißer da, ne? Bin ich ja mal gespannt, ob der nett oder ein Arschloch zu mir ist. So. Warum kann ich denn nicht schneller laufen? Voll ätzend. Ah. Riesenkopfhalle. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission. Allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Oh, oh. Your Grace. So, erst mal hinknien. Ah, the Queen is, please. Ah, okay, dann steh ich wieder auf. House Forrester is a northern house loyal to the King. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Ah. Is your family loyal to the King? Ja, natürlich. Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. Es wird nie erschüttert, die Loyalität. And yet. For centuries the Forrester's have been loyal Bannermen to House Stark. A house of traitors. They were once, they are not traitors. They are noble. Not traitors. Your Grace. Noble? Perhaps once. For a northern house. But now? Now they're merely dead. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. Ja. There are ships and shields to be built and Joffrey will need a steady supply of Ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose. But I trust we can rely on House Forrester. Natürlich. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. Natürlich. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ja, sicher. Ask any Lannister and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Ja, alles. I would do anything. I see. Oh oh. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the northern army. Ah, ist also nett. Okay. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renia Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If anyone would have to flip through life without ever holding an opinion of their own. Oh yeah, right so. Ja, ist doch. What would you do then? What would you want to do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Be true to the king. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry, didn't have the authority straight. Have I made it. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaid in all of King's Landing. Yeah. I'm not quite sure what to make of her. Not surprising, I suppose, for a northern girl. But not very encouraging either. Mhm. Is also so la la gelaufen at Gespräch, ne? Also... I'll give you a word with you, if I may. Of course, Your Grace. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once. At the tourney at Lannis-Bulch. Even then he didn't trust Bruce Bolton. Mhm. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Bolton's rule the north. They must still answer to the crown. You shouldn't forget that, nor should they. Okay. That certainly took courage. But it's full wide. You so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor lady Marjorie was humiliated. Although Cersei seemed quite pleased. Mhm. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. Bei jedem klar, der dich nur rumgeschleimt hat. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusement where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood. And I speak for the crown in this regard. Not her. I wouldn't want to anger Cersei. And you do wise not to. But. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me. Might prove rather dangerous for you. And your house. You are a brave girl, aren't you? Yeah, a very brave girl. Now, if you'll excuse me, I promise Sansa I would join her for dinner tonight. Three beautiful bottles of dawnish wine await my arrival. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the north. The King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Okay, also der ist schon auf meiner Seite. Der ist der gute Zwerg. Also ich hab nix gesagt, vorhin als ich reingekommen bin. Irgendwie was beleidigen klang, ne? Ja, aber gut. Wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.